Die Highlights des neuen Grandland X Hybrid 4 sind eine 59 km elektrische Reichweite, ein voll funktionabler elektrische Allradantrieb und eine Systemleistung von 300 PS. Der Grandland X Hybrid ist für praktisch jeden Kunden geeignet. Nach seiner Reichweite von 59 km können praktisch alle täglichen Fahrten zurückgelegt werden. Für Wochenendfahrten und längere Touren ist dann der 200 PS Benzinmotor mit an Bord, sodass uneingeschränktes Fahrzeug eingesetzt werden kann. Opels Reise zur Elektrifizierung hat letzten Sommer im Juni begonnen mit dem Verkaufsstart des Corsa-E und des Grandland X Hybrids, den wir heute hier vorstellen. Der Grandland X Hybrid wird demnächst beim Händler stehen, im zweiten Quartal folgt der Corsa-E. Danach kommen sowohl Zafira als auch Vibaro und am Ende des Jahres kommt der Mokka-Nachfolger auch als elektrisches Fahrzeug auf den Markt.